Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Das ist die erste Konferenz über Samatismus, von der ich erfahren habe, seit ich an dem Thema sitze. Und das war natürlich eine schöne Erfahrung für mich. Und ich werde Ihnen also sprechen über das Westliche des Samatismus und zeige Ihnen kurz, was Sie in der nächsten halben Stunde erwartet. Ich sage erst etwas über die Frage der Definition des Samatismus, die ja auch wahrscheinlich hier sonst noch eine Rolle spielen wird. Danach zu Latein als typischer Sprache des Samatismus. Dann kommt der Hauptteil, der sich mit der samatischen Ideologie beschäftigt, in ihrem Bezug auf die staatstheoretischen Diskussionen in Westeuropa. Und mit dem Fazit komme ich dann zurück eigentlich zur Frage der Definition. Da geht es um die Bedeutung des Samatismus als die Verteidigung des polischen Adels seiner und seine Privilegierten Stellung. Ich sage vielleicht kurz noch auf die Frage, ich bitte, dass ich jetzt ein Referat über niemieckisch bin. Ich konnte es auch in Polnisch machen, aber es war so, dass ich glaube, es sind Niemcy, die in diesem Fall nicht verstehen, dass ich mich überhaupt nicht verstehen. Also bitte um die Entdeckung. Dann können wir die Fragen auch in Polen stellen und wir können sie über Polen stellen. Wenn es in den nächsten Fragen gibt, dann können wir die Fragen in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit kommen. Ja, um zum Deutschen zurückzukehren, ich beginne mit dem Rückgriff auf eine Diskussion, die im Jahr 1993 in Warschau stattgefunden hat, mit dem Titel Sarmatismus und Barock, Klärung der Begriffe. Die wurde damals organisiert von der Zeitschrift Ogrut, die das dann auch abgedruckt hat und das ist ein ganz wichtiges Dokument für mich geworden. Da haben damals polnische Historiker und Kunsthistoriker diskutiert über die Definition der Begriffe Sarmatismus und Barock. Ich weiß nicht, vielleicht sind Teilnehmer von damals heute hier. War da jemand? Na, okay, ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, die konnten sich damals natürlich nicht einigen. Wird Sie wahrscheinlich auch nicht wundern. Der energischste Versuch, eine solche eindeutige Definition zu bekommen, ging damals aus von dem Kunsthistoriker Mariusz Karakowitsch. Der wollte den Sarmatismus definieren als die cultura voasna, reche pospolite, cest nas tego i seren nas tego viecu. Also die eigene Kultur der Adelsrepublik, der polnisch-litauischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert. Ich hoffe, dass man es lesen kann so. Mit Kultur. Was ist mit Kultur gemeint? Karakowitsch hat das damals ein bisschen präzisiert. Alle Bereiche der Kultur. Und hat sich auch dagegen gewandt, dass man die Kultur aufteilt in die Kultur verschiedener Bereiche. Und kam dann zu seinem fast dramatischen Appell. Noch heute bestimmen wir den genauen Bedeutungsumfang des Begriffs Samatismus und führen ihn in den wissenschaftlichen Gebrauch ein. Es hat sich damals schon in dieser Diskussion Frau Prof. Bogutska gemeldet und die Frage gestellt, was cultura voasna, also eigene Kultur, denn bedeuten soll. Und mit dieser Frage will ich mich auch befassen. Und ich stelle zu diesem Zweck dem Zitat von Karakowitsch gegenüber die erste Erwähnung des Wortes Samatismus von 1765 aus dem Monitor, aus einer Aufklärungszeitschrift, die gerade im Jahr 1765 zu erscheinen begann. Aus dem, auf Anregung des neugewählten, damals neugewählten polnischen Königs Stanisław August Poniatowski. Da ist die Zeitschrift also rausgekommen von aufgeklärten Autoren, die das auf Anregung von Poniatowski unternommen haben. Und in einer der ersten Nummern taucht zum ersten Mal das Wort Samatismus auf. Zumindest ist keine frühere Erwähnung bekannt. Wenn jemand eine weiß, wäre ich sehr dankbar, wenn er mir das mitteilen könnte. Also es geht um folgenden Abschnitt. Und ich werde den jetzt in einer deutschen Übersetzung vorlesen. Wer Polnisch kann, kann das dann im Originaltext da oben mitlesen. In der polnischen Nation wird es eine ewige und wahrlich verdiente Dankbarkeit für die geben, die das Joch von Vorurteil und Trägerunwissenheit abgeworfen und es gewagt haben, gegen den, um es sozusagen Götzen des Samatismus vorzugehen. Also hier haben wir das Wort, gegen den Götzen des Samatismus vorzugehen, der unsere Nation seit 200 Jahren zum Gespött der Gebildeten gemacht hat. Portaluppi, Konarski, Wuskina, das sind also polnische Aufklärungsautoren, haben das Eis gebrochen. Der Stil ist schon ein ganz anderer. Die ständigen Angstwielungen auf die Wappen kommen aus der Mode. Es blüht nun nicht mehr nur das Latein, sondern auch die polnische Sprache. Kaum noch jemand fürchtet sich vor Kometen und die Sonne steht endlich auch im Zentrum der polnischen Welt. Hier wird nun eigentlich keine klare Definition von Samatismus gegeben, sondern es werden nur ein paar markante Eigenschaften genannt. Der Autor rechnet offensichtlich damit, dass die Leser dann schon verstehen werden, was er meint. Und wir wollen das jetzt mal ein bisschen genauer betrachten und das mal vergleichen mit der Definition, die Karkowitsch vorgeschlagen hat. Es handelt sich, genauso wie bei Karkowitsch hier beim Samatismus, um eine spezifisch polnische Erscheinung. Aber es gibt sie nicht nur im 16. und 17. Jahrhundert, wie Karkowitsch gesagt hatte, sondern es gibt sie am Ende des 18. Jahrhunderts immer noch in der eigenen Zeit, also 1765. Und sie bildet ganz offensichtlich auch nicht das Gesamt der polnischen Kultur, sondern sie ist eine bestimmte Art von Rückständigkeit, von anti-aufklärerischer Haltung, die gerade für Polen typisch ist. Beziehungsweise vielleicht auch nicht für alle Polen, denn die Träger dieser Haltung sind ganz offensichtlich speziell Adlige. Hier ist nämlich von Wappen die Rede. Und nur Adlige tragen ja Wappen. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass es nun zumindest seit der Aufklärung auch Gegenbewegungen gegen diesen Samatismus gibt. Das Allerwichtigste kommt aber jetzt noch, und darum soll es mir im Folgenden gehen. Als typische Sprache des Samatismus gilt hier nicht polnisch, sondern Latein. Wenn Sie schauen, nicht nur das Latein blüht, sondern nun auch das Polnische. Das heißt, der neuere, sich verbreitende Gebrauch des Polnischen gilt als ein Zeichen der Abkehr vom Samatismus. Nebenbei bemerkt, das zeigt auch, dass unter Samatismus nicht einfach die Theorie von der Abstammung der Polen oder des Polnischen Adels vom antiken Volk der Samaten zu verstehen ist, wie es manchmal verstanden wird, wie es eben ein bisschen bei meinem Vorgänger angeklungen ist. Der Samatenmythos ist in der polnischen Geschichtsschaltung der früheren Zeit ja immer gerade in bewusster Abgrenzung von den Römern konstruiert worden. Also wir hatten die Zitate von Hobbit, der eben sagte, an Schwarzen, da interessiert man sich nicht für Italien. Und hier gilt nun plötzlich Latein als die Sprache des Samatismus, und nicht nur hier. Es gibt die berühmte Komödie Sarmatism von Franciszek Zawotzki, die manche vielleicht kennen, ist in der Bibliothek an der Rodora als Einzelband rausgekommen. Da gibt es eine juristische Auseinandersetzung in dieser Komödie, und die Adeligen, die als Vertreter des Samatismus dargestellt werden, werfen in dieser Auseinandersetzung mit juristischen Formulierungen, mit lateinischen juristischen Formulierungen um sich. Und man die Fragen stellen kann, ob sie die alle verstehen, aber es sollte jedenfalls auch als typisch dargestellt werden, dass sie Latein sprechen. Und ja, damit komme ich zu meiner eigentlichen Fragenstellung, hier, warum gilt Latein als die Sprache des Samatismus? Wir diskutieren hier ja während unserer Konferenz vor allem über die Beziehung des Samatismus zum Orient, und das mag im Bereich der Kultur des Samatismus auch zutreffen. Es ist ja verbreitet im Zusammenhang mit dem Samatismus die Rede von der samatischen Kultur und von der samatischen Ideologie. Wir haben hier den Titel des meiner Ansicht nach immer noch bedeutendsten Aussatzes über Samatismus von Krakauer Historiker Zawotzki, der leider verstorben ist, den ich nicht mehr kennengelernt habe. Samatismus, Ideologie und Lebensstil. Und wir sehen, also mit Lebensstil wird man wohl in wesentlichen Kultur, wenn man in wesentlichen Kultur darunter verstehen kann. Wir sind ja hier auch hauptsächlich unter Kunsthistorikern, wo es eher um Kultur gehen wird, nach dem, was ich in den Ankündigen schon gesehen habe. Ich selber arbeite aber an einem Projekt, das sich mit der samatischen Ideologie beschäftigt, von der ich glaube, dass sie in gewisser Weise den Schlüssel zum Verständnis dieser Kultur liefert. Und da ist zu sagen, die samatische Ideologie war auf den Westen bezogen. In doppelter Hinsicht, sowohl nach außen hin als auch innerpolnisch. Und das zeigt sich sehr gut am Gebrauch des Lateins. Zum Ersten, in Hinsicht auf den Gebrauch des Lateins nach außen, ein Teil der Hauptwerke des Samatismus ist auf Latein geschrieben. Zunächst einfach wohl deshalb, weil das eine traditionelle Gelehrtensprache ist. Herr Maliszewski, der hier ja auch noch sprechen wird, hat mal aufgrund seiner Quellenstudien geschrieben, dass sich die Polen zunächst einmal als Teil der lateinischen Christenheit gefühlt haben. Und das ist auch richtig so. Und das bedeutet wiederum, dass Latein auch die Sprache der Bildung in Polen gewesen ist. Und dass sich die polnischen Humanisten als Teil der westeuropäischen Kommunikationsgemeinschaft der Gelehrten verstanden haben. Wenn also ein polnischer Autor Latein schreibt, dann ist er sich bewusst, dass sein Werk auch außerhalb von Polen verstanden wird. Und das will er dann normalerweise auch. Jedenfalls in Westeuropa wird es verstanden. Und im 17. Jahrhundert ist das dann auch bewusst eingesetzt worden, wenn man sich an ein westliches Publikum richten wollte, um das politische und soziale System in Polen zu verteidigen. Es gibt mehrere Werke. Die beiden bekanntesten sind wohl von Szymon Stawawolski, das haben wir hier, und das zweite ist von Lukasz Opalinski. Die schreiben Verteidigungen des politischen und sozialen Systems Polen gegen Kritiker aus Westeuropa, und das tun sie dann auf Latein. Wir haben also hier Stawawolskis Declamatio Contra Obdectatoris Polonie und hier die Polonia Defensa von Lukasz Opalinski, wobei man dazu sagen kann, dass diese selben Leute, Stawawolski und Opalinski, auch Werke geschrieben haben, wo sie die Zustände in Polen heftig kritisiert haben, was eine sehr typische Sache ist für den Sammatismus, dass man teilweise das System, dass man das System erbittert, verteidigt, aber es gleichzeitig auch massiv kritisieren kann. Nur diese kritischen Werke sind auf Polnisch geschrieben, also eher für den innerpolischen Gebrauch bestimmt, das sollen Ausländer nicht so mitkriegen. Das ist also die Bedeutung des Lateins in Beziehung nach außen, jetzt in Beziehung nach innen. Da zeigt sich die Bezogenheit des Sammatismus auf den Westen auch am Gebrauch des Lateins. Viele polnische Werke des Sammatismus sind versetzt mit lateinischen Einsprenzen, mit den berühmten Makaronismen, die offensichtlich wenig damit zu tun haben, dass man bestimmte Dinge auf Polnisch nicht ausdrücken kann. Denn in der Literatur der Renaissance, wenn Sie Kachanowski anschauen, sind die Makaronismen noch wesentlich seltener und die häufen sich erst im Barock. Das Latein dringt eigentlich mit dem 17. Jahrhundert erst wieder vor. Es geht hier offensichtlich darum, dass die Schlachter ihre Bildung zur Schau stellen will, dass sie sich durch den Beweis ihrer Bildung, und das geschieht eben durch diese lateinische Einsprängung, sich von den Nicht-Einliegen absetzen will. Und das tut sie, indem sie die Sprache der westlichen antiken Literatur und des westlichen Christentums benutzt. Also zum Beispiel eben auch nicht griechisch. Das erklärt auch zum großen Teil die Bedeutung der Rhetorik, deren Theorie ja auch aus der Antike kommt. Also ein Redner im polnischen Szenen soll sprechen wie Cicero. Und auch in der angesprochenen Komödie Sarmatism von Zaworski wird der Gebrauch von lateinischen Rechtsbegriffen als argiges Imponiergehabe dargestellt. Soweit die Sprache, aber die Schlachter beruft sich nicht nur auf die Sprache des Westens oder nutzt sie, sondern sie bezieht sich auch auf die Inhalte. In dem Zitat, was ich Ihnen eben gezeigt habe aus dem Monitor, ist davon die Rede gewesen, dass Polen zum Gespött der Gebildeten geworden sei. Und das sind natürlich nicht die Gebildeten in Russland und im Osmanischen Reich, sondern das ist die aufgeklärte Gesellschaft in Westeuropa. Und noch nicht einmal nur die aufgeklärte Gesellschaft, denn es heißt ja da, dass Polen schon seit 200 Jahren das Gespött der Gebildeten sei, als es auch im Westen noch gar keine Aufklärung gab. Man sieht hier also gut die Maßstäbe, an denen Bildung in Polen schon seit langem gemessen wird. Das lässt sich sehr gut zeigen, am wichtigsten Element der sammatischen Ideologie, an der Verteidigung des politischen Systems der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Ich will das kurz in Erinnerung rufen, weil ich auch mitbekommen habe, dass einige damit hier nicht so vertraut sind. Die sammatische Ideologie dient der Verteidigung der Vorherrschaft des Adels in Polen. Sie richtet sich gegen die Kritik, die während der gesamten Zeit der Existenz der Adelsrepublik, also vom 16. bis 18. Jahrhundert, vorgebracht worden ist, gegen die Verhältnisse in Polen und insbesondere eben das politische System. Diese Kritiker haben schon seit dem 16. Jahrhundert eine besondere Schwäche dieses Staates konstatiert. Man hat also kritisiert die Anarchie und die Schwäche der staatlichen Zentralgewalt. Es lag ja die politische Macht in den Händen des Adels, der allein das Parlament beschickt hat. Und dieses Parlament erwies sich als immer weniger handlungsfähig. Es gab eine Entwicklung zu Entscheidungen im Konsens und dann das berühmte Liberum Veto, also das Einstimmigkeitsprinzip im Reichstag, das dann im 18. Jahrhundert praktisch alle Reichstage, oder alle politischen Entscheidungen der Reichstage zum Erliegen gebracht hat. Dazu kann der Adel Konföderationen bilden, die Widerstand gegen die Staatsgewalt, also gegen den König und eventuell seinen Beamten leisten und sich auch an deren Stelle setzen können. Und durch diese Dinge vor allen Dingen ist es in Polen nicht zum Ausbau einer staatlichen Zentralgewalt gekommen, einer starken staatlichen Zentralgewalt, wie in vielen anderen europäischen Ländern der Zeit. Der Staat hat nur geringe Einnahmen und kann weder ein funktionierendes Justizsystem aufbauen, noch ein größeres stehendes Heer. Und es gibt schon seit dem 16. Jahrhundert Kritiker, die Polen deshalb den Untergang voraussagen und auch ganz konkret voraussagen, dass wenn es so weitergeht, das Land zwischen seinen Nachbarn aufgeteilt wird. Diese Kritiker gibt es im Ausland und es gibt sie aber auch zuhauf innerhalb Polens. Und dagegen richtet sich die sammatische Ideologie, die diesen Staat und seine Ordnung verteidigt. Und das geschieht, das tut sie mit dem Arsenal der westlichen Bildungstradition. Da ist zunächst das Christentum. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die drei Selmstände, der König, der Senat, die Landbotenkammer, mit den Personen der Heiligen Drafhaltigkeit verglichen werden. Also der König ist Gott Vater, die Landbotenkammer, der Sohn und der Senat, der zwischen beiden vermittelt, der Heilige Geist. Es gibt tatsächlich solche Aussagen in den Quellen. Aber das Christentum muss vielleicht noch nicht mal typisch westlich sein. Es gibt ja auch Christentum östlich von Polen. Typischer für den Bezug auf den Westen ist noch die Heranziehung der antiken Staatstheorie. Das polnische System wird gesehen als eine Verkörperung des antiken Ideals einer gemischten Verfassung. Das heißt, der König verkörpert die Monarchie, der Senat, wo die Bischöfe und die Inhaber der Staatsämter sitzen, die Aristokratie und die Landbotenkammer, wo die Landtage des Adels ihre Vertreter hinschicken, das soll die Demokratie sein. Das heißt, da muss man sich klar machen, die Gesandtheit des Adels wird als das Volk verstanden. Eben auch sehr häufig als die alleinigen Nachkommen der Samaten, was sehr typisch für Polen ist. Es gibt Autoren, die sich auch dafür ausdrücklich auf die Antike berufen und dann sagen, dass es in Rom und Athenia auch Sklaven gegeben hätte, die gar keine politischen Rechte haben. Und deshalb brauchten auch Stadtbürger und Bauern in Polen keine politischen Rechte zu haben. Das wichtigste Vorbild für das System in Polen ist vor allem die Römische Republik. Oder zumindest wird es als solche ausgegeben. Die erste Kammer des Samens heißt wie in Rom Senat. Jan Samolski, von dem wir denke ich in den nächsten Tagen hier in Samolski noch einiges hören werden, hat während seiner Studienzeit in Padua ein Buch geschrieben über den Römischen Senat und da Vergleiche mit den Verhältnissen in Polen gezogen. Auch die Landbotenkammer wird in den Twellen gelegentlich als Commitia Generalia bezeichnet, also mit den römischen Volksversammlungen verglichen. Sie wird manchmal auch verglichen mit dem Kollegium der Volkstribunen in Rom. Das wird dann auch zu einer der wichtigsten Begründungen für das Liberum Veto, denn die Volkstribunen in Rom haben auch Veto-Recht gehabt und man sagt, es entspricht also dem Veto-Recht der Volkstribunen in Rom. Während die Reformer in Polen dann gerne darauf hinweisen, dass es ja gerade die übergroße Macht der Volkstribunen gewesen sei, die schließlich das Römische Reich in den Ruin geführt hätte. Die Römische Republik gilt oft auch als das einzige Vorbild. Das ist jetzt Post Paul Itard. Wir werden ja gleich von Herrn Schneiderheilz noch einen Vortrag über die Frage der Einzigartigkeit der Adelsrepublik hören. Oft vergleicht man die Republik nur mit der Römischen Republik. Wenn die Samatisten aber Polen mit Republiken in ihrer eigenen Zeit vergleichen, dann sind das immer Republiken aus Westeuropa. Also mit Vorliebe wird Polen verglichen mit der Republik Venedig, aber auch mit Genua und dann auch mit Holland und der Schweiz. Wobei diese beiden Letzteren schon problematisch sind. Zum einen, weil sie protestantisch sind und zum anderen, weil in ihnen, anders als in Venedig oder Genua, auch nicht nur adlige politische Rechte haben. Ansonsten gelten aber die Staaten in Westeuropa vor allen Dingen als abschreckendes Beispiel. Als abschreckendes Beispiel für das Absolutum Dominium. Das ist der Gegenbegriff der polnischen Freiheit. Das ist die große Opposition der samatischen Ideologie. Der Idealbegriff ist die polnische Freiheit, Polska Wollosch. Und deren große Gegenbegriff ist das Absolutum Dominium, also die absolute Herrschaft. Wobei dieser Begriff Absolutum Dominium eine polnische Spezialität zu sein scheint, taucht in dieser Form außerhalb Polens kaum auf. Und ich kann hier sagen, dass ich mittlerweile auch den Verdacht habe, dass das Wort Absolutismus zuerst in Polen entstanden ist. Normalerweise heißt es immer in der Literatur, das Wort sei in der Französischen Revolution entstanden. Aber ich habe Quellenbelege gefunden aus wesentlich früherer Zeit, im 18. Jahrhundert, wo das Wort Absolutismus in polnischen Quellen auftaucht. Werden es vielleicht noch irgendwann mal in France erweiten. Wie dem auch sei, als der Prophet des Absolutum Dominium gilt in Polen immer Machiavelli, also auch ein Vertreter der Staatslehre in Westeuropa. Und wenn polnische Autoren die polnische Ordnung gegen Kritik aus dem Ausland verteidigen und dabei die Theorien des Samatismus entwickeln, dann tun sie das immer gerichtet gegen Kritiker aus dem Westen. Ich habe Ihnen die beiden Titel gezeigt. Opolinski tut das gegen John Barclay, einen Engländer. Starowolski wendet sich gegen Lansius, das ist ein deutscher Autor. Mehrere Autoren haben gegen Hermann Conring geschrieben, einen deutschen Staatsrechter, der in schwedischen Diensten stand und während der schwedischen Invasion in der Mitte des 17. Jahrhunderts der erste war, der dem polnischen Staat das Existenzrecht abgesprochen hat. Ich komme zum nächsten Thema. Ein sehr guter Beleg für die Beziehung des Samatismus auf den Westen ist die Kleidung des polnischen Adels. Die sich von der Kleidung von Adeln im Westen stark unterscheidet. Manche werden das vorsichtig haben, es kommt gleich auch noch im Bild. Und es heißt da ja immer, diese Kleidung sei an östliche Vorbilder angelegt, an ungarische oder türkische. Wir werden da wohl noch was drüber hören. Die Begründung, die dafür in der Literatur heute gegeben wird, ist normalerweise, niemand wäre auf die Idee gekommen, dass die Schlacht da politische Modelle von den Türken oder von den Russen übernommen hätte. Aber vom Adel im Westen hätte man sich eben ausdrücklich absetzen müssen. Und es lässt sich zeigen, dass diese langen Kleider auch erst aufgekommen sind am Ende des 16. Jahrhunderts, also in der Zeit, als die samatische Ideologie oder Samatismus überhaupt erst entstanden sind. Vorher war die Kleidung der Schlachter auch eher an östlichen Vorbildern orientiert. Nur hat man das in Polen selber mit den östlichen Vorbildern damals gar nicht so eindeutig gesehen. Es gibt entsprechende Quellenbelege. Ich zeige Ihnen diesen hier von Jan Jarowocki. Der diskutiert hier, wo die Polen herstammen würden. Das ist ungefähr diese Passage. Woran man das erkennen könne. Und er selbst neigt zu einer Herkunft aus dem Osten. Jakote, Turemiewas, Krajuf, Swolensaf, Sotnich, Tak, Shad, Zverschner, Pszigera, Tak, Zasjewas, Podnich. Also solche Oberkleider benutzen die Polen und solche Hosen. Kochaschef, Konjustamton, Irenstunku, Wielkim, also die Pferde kommen von dort, die Rüstungen kommen von dort. Also das kann man als Argument dafür werten, dass die Polen tatsächlich aus dem Osten gekommen sind, die Vorfahren der Polen, worüber die Historiker heute unterschiedliche Meinungen angeben. Aber es gibt auch noch eine andere Theorie und die vertritt Ante Maximilian Fredro, einer der wichtigsten Vertreter der sammatischen Ideologie. Der verteidigt sich hier gegen den von außen vorgebrachten Fronf, die langen Kleider des polischen Adels, seien barbarisch. Jetzt, ja, ich habe gehofft, dass die meisten Latein können. Ich zeige es Ihnen gerade hier. Also es geht um diese Stelle hier erstmal. Vestitus nobis polonis est non ad eum modum quali nun gutunte occidentalis europeorum populi seproprius normam vagudum anticus orbis utebatur. Also unsere polnische Kleidung entspricht nicht dem, was heute die Völker Westeuropas war. Also entspricht eher der Norm, die früher die Antike gebraucht hat. Und das zeigen klar die Historiker die alten Münzen, die Bilder. Und man kann auch, dass die Kleider, die heute die Gallier und Germanen, also die Franzosen und Deutschen tragen, nicht wirklich christlich nennen. und auch unsere nicht barbarisch, sondern die Hauras Equi Nostra Talaris ad Gravitatem Toga e Composita. Also unsere langen Kleider sind gestaltet nach der Gravität der römischen, muss man da natürlich ergänzen, Toga und das eher als die kurzen Kleider der Westler. Und deswegen wird ein Pole sowohl als katholischer Christ wie als politischer Mensch dadurch geschmückt und nicht entehrt. Ich habe das mal visualisiert. Können Sie sich überlegen, inwieweit Sie das passend finden. Es gibt da noch eine ähnliche Äußerung von Szymon Starowolski aus der Rede gegen die Verleumder Polens. Der spricht auch über die polnische Kleidung, Habitum Nostrum, Cremtant Opera der Riedet Lansus, der Deutsche hat sich darüber lustig gemacht, Fortassonum Visum Outnec Auditum Cod Vettores Romani Eo Uterentur. Also er hat vielleicht nicht gewusst oder gehört, dass die alten Römer diese Kleidung gebraucht haben. Und dann kommt noch eine Ergänzung, die Kumpfa Ali i Principatum in Auber Tenuerund, Grezi, Parti, Mazedonis, Perse und alle anderen, die die Herrschaft über die Welt inne gehabt haben, Griechen, Parta, Makedonen und Perse und die es heute noch überall im Osten und im Süden gibt. Und es gibt nur ein paar Ausnahmen, Pauzis, Occidentalibus, wie Brachati, ein paar Ausnahmen von Westlern, die mit Hosen rumlaufen. Also man setzt sich hier zwar schon vom Westen ab, aber nur vom Gegenwärtigen, nicht vom Antiken, denn Rom hat ja auch zum Westen gehört. Noch ein weiteres kurzes Zitat von Zbigniew Morschtin, einem Dichter aus dem 17. Jahrhundert. Die westlichen Nationen sollen sich nicht über Polen lustig machen oder sich über den Ruhm der Samaten erheben, die ihre Bärte scheren wie die Mönche und auf dem Kopf einen Schmuck tragen wie Frauen. Also das sind die langen Perücken des Adels im Westen und Sie wissen ja, der polnische Adel ist in der Rädikalen geschworen. Hier erkennt man die Wurzeln der Xenophobie des Samatismus, von der so oft die Rede ist. Aber die Xenophobie hatte ihre Grenzen. Noch einmal ein Zitat von Giaubotski aus demselben Werk, eine Seite weiter. Da sagt er, wenn wir hier oben schauen, auf Kreich sagt Gott nicht Lupciansche, du warst mir jeden Tag in der Ockas Türkos treu in der Scham und in der Sitzung nicht in der Polen zu werden und in der Welt nicht zu in der also wir wenn polnische Adel im Westen sind, dann legen sie auch westliche Adelskleidung an, aber sie ziehen sie dann auch gleich wieder aus. Aber er sagt hier gleichzeitig dazu, Czerns Zschäberwahn, wir sind eigentlich häufiger in den westlichen Ländern. Die Schlachter hat eigentlich viel mehr Kontakte mit dem Adel in Westeuropa und wenn polnische Adelige dorthin kommen, dann wollen sie als gleichberechtigte Adelige gegenüber den westlichen anerkannt werden und ziehen auch deren Kleider an. Aber genau deshalb fürchten sie sich auch deren Einfluss stärker und wenn sie wieder nach Polen kommen, dann ziehen sie die Kleider wieder aus. Es heißt jetzt hier weiter die eigene Kleidung der Polen ist die östliche. Mir die Kleidung der polnischen Frauen richtet sich nach westlichen Muster und er sagt gleich dazu, das ist die Eigenart der polnischen Nation, dass sie sich dem Osten und dem Westen anpasst. Also hier nochmal man richtet sich also je nach Bedarf nach dem Westen oder nach dem Osten. Ich habe hier nochmal ein Bild, ich glaube aus dem 19. Jahrhundert von dem typischen polnischen Adelstag, wo man die männliche und die weibliche Kleidung nochmal sehen kann. Vielleicht kennt ihr mal noch andere Quellen dazu, dann würde ich Sie bitten, mir das nochmal zu sagen. Ich komme zu meinem Fazit. Man kann den Sammatismus also schwerlich als etwas rein polnisches bezeichnen, weil er zu einem beträchtlichen Teil aus Übernahmen von außen besteht. In der Ideologie mehr aus dem Westen, in der Kultur vielleicht stärker aus dem Osten. aber auch wenn der Sammatismus nicht das spezifisch polnisches ist, dann ist er doch etwas spezifisch polnisches, nämlich genau in dieser Mischung von verschiedenen Elementen. Und wenn man verstehen will, was der Sammatismus ist, dann muss man die Frage stellen, wie diese Mischung zustande gekommen ist. Man muss fragen, nach welchen Kriterien hat der polnische Adel die Elemente aus dem Westen oder aus dem Osten ausgewählt. Und an dem Punkt komme ich auf meine Haupttheorie zu sprechen. Das Konstituierende des Sammatismus ist das Streben des polnischen und des litauischen Adels nach dem Erhalt seiner privilegierten Stellung. Danach, nach diesem Kriterium, erfolgt die Auswahl. dieses Streben gibt es in der Zeit auch beim Adel in anderen Ländern. Das ist also keineswegs eine typisch polnische Sache. Es nimmt nur unter den spezifischen Bedingungen des polnisch-litauischen Staates eine besondere Form an. Und diese Form ist eben der Sammatismus. In Polen ist der Sammatismus häufig suspekt, was sich auch darin niederschlägt, dass es bis heute eben keine Monografie über die sammatische Ideologie gibt. Suspekt meiner Ansicht nach wohl hauptsächlich deshalb, weil er wesentlich mit zum Untergang des Staates in den Teilungen von Polens am Ende des 18. Jahrhunderts beigetragen hat. Aber man kann letztlich sagen, der Sammatismus ist die erscheinung, die polnische Form eines Phänomens, die sich in ganz Europa findet. dass der Adel in der Frühneuzeit seine Stellung gefährdet sieht und auf verschiedenen Ebenen in der Ideologie, in der Kultur Maßnahmen ergreift, um diese Stellung zu bewahren. Nur unter den spezifischen Bedingungen in Polen, dass der Adel besonders zahlreich ist, besonders stark wirtschaftlich differenziert, dass er sich auch im Spätmittelalter schon ein Monopol auf die politische Macht gesichert hat. Unter diesen Bedingungen nimmt die Adelsideologie die Form der Verteidigung der Adelsprivilegien in Polen eine besondere Gestalt an und das ist es, was letztlich, das kann ich von mir aus sagen, den Sammatismus auch für Forscher aus Ländern westlich von Polen interessant macht. Ja, damit bin ich am Ende. Es interessiert mich natürlich, inwieweit sich das, was ich gesagt habe, gerade auch bei den Folgenvorträgen verifizieren lässt und bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.